Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einem, wie soll's auch anders sein, neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer sehr verschwitzter Jan. Und ja, das liegt daran, dass in meinem Zimmergefühl 50.000 Grad sind. Das soll aber nicht Thema sein, genauso wenig wie dieses Ding da in meinem Gesicht. Ich weiß nicht, jetzt kann man auf einmal über Nacht, aber nein, das soll heute nicht Thema sein. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich am Titel oder Thumbnail schon gesehen habt, geht es heute erneut um Magix Video Deluxe, beziehungsweise um Da Vinci Resolve. Und zwar habe ich am 24.03., mittlerweile vor drei Monaten ungefähr, ein Video hochgeladen, was da heißt, Magix Video Deluxe ist für den Arsch. Das Video sollte eigentlich nur dazu dienen, zu sagen, warum so unregelmäßig Videos kamen oder kommen und dass ich mich ein bisschen über Magix Video Deluxe aufgeregt habe. Mehr dachte, ich soll das nicht sein, ich wollte einfach nur mitteilen, yo Leute, hier ist halt, ne, deswegen kommt momentan kein Video. Dass das Video aber mittlerweile 951 Aufrufe hat, damit habe ich nicht gerechnet. Tatsächlich war ich da sehr erschrocken. Also habe ich mich dazu entschlossen, noch ein Video zu machen, um erstmal auf das alte Video einzugehen und beziehungsweise auf ein paar Kommentare einzugehen. Weil Leute, falls ihr das Video sehen solltet, es sind Kommentare darunter gewesen, die sehr hilfreich waren zum einen. Und zum anderen auch sehr, sag ich mal, kritisch im Sinne von, yo hier, macht es vielleicht mal so und so. Was mir aufgefallen ist, viele Leute haben mir zugestimmt, viele Leute haben auch Probleme mit diesem Programm, also mit Magix Video Deluxe. Aber es ist aus den Kommentaren hervorgegangen, dass viele auch ein Problem damit haben. Es gibt Leute, deren Kommentar quasi nur Inhalt war, yo, probiert das und das mal aus oder das und das. Oder auch einfach nur war so von wegen, yo, ich habe dasselbe Problem, ich finde es auch nichts draus. In dem Forum wird auch nichts gesagt und der Support ist halt ein bisschen für einen Ass. Aber eine Person hat auch einen eher kritischen Kommentar geschrieben. Das war auch, glaube ich, mit einer der ersten Kommentare zusammengefasst, er hat halt geschrieben, yo, war vielleicht ein bisschen viel Mimimi in dem Video. Was ich vollkommen verstehe, ich habe ihm auch darauf geantwortet, yo, ich sehe das genauso wie du. Aber er meinte auch, dass er es auch benutzt und bei ihm keine Probleme in der Hinsicht entstehen würden, was ich halt auch sehr interessant fand, weil halt, ich denke mal, es wird das ein, also er hat auch Windows 10 und was weiß ich, ich habe es ja im Kommentar gelesen und auch viele andere meinten, so sie hätten das Problem nicht, aber auch viele meinten, sie hätten das Problem. Und ein letzter Kerl meinte dann, ich blende nochmal hier den Kommentar ein, dass er das ähnliche Problem hat und einfach mal die Hardwarebeschleunigung ausgemacht hat. Das kann man halt bei Magix einstellen, soll halt dazu dienen, dass das Programm besser arbeitet beziehungsweise, dass halt die Hardware schneller arbeitet, um halt Sachen schneller zu verarbeiten. Ich habe es tatsächlich noch nicht getestet, deswegen kann ich euch da keine Information geben, ob das stimmt. Er meint, es stimmt, es funktioniert, ich glaube ihm jetzt einfach mal an der Stelle. Und das wäre quasi das Problem von meiner Seite aus gelöst gewesen. Es gab und waren noch viele andere Kommentare, auch über Leute, die gesagt haben, yo, das frisst den kompletten RAM und alles mögliche und ich habe unter jedem Kommentar geschrieben, so yo, hier, habt auch so die Probleme. Für mich ist halt DaVinci Resolve momentan mit das stärkste Programm für mich zum Arbeiten persönlich, natürlich alles persönliche Meinung, ne Leute. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Part von dem Video. Und zwar will ich jetzt mit euch über DaVinci Resolve reden. Und Leute, dieses Programm, es ist einfach nur schön. Wirklich, also ich habe keinen extrem krassen Hochleistungsrechner, also der reicht für alles top aus. Aber dieses Programm ist bis jetzt bei mir einmal abgestürzt. Und das auch nur, weil ich es mehr oder weniger herausgefordert habe. Und auch allgemein. Es hat keine Probleme, es ruckelt nicht beim Schneiden, es hat keine Bugs, keine, also bis jetzt, was mir aufgefallen wäre. Es ist so ein gutes Programm und man arbeitet sich tatsächlich auch schnell rein. Das war meine größte Sorge, dass ich es nicht schaffe, mich in dieses Programm reinzuarbeiten. Aber das ist so benutzerfreundlich. Und wenn man sich da zwei, drei Tage, beziehungsweise zwei, drei, vier Videos mit auseinandersetzt, hat man einfach schon den Durchblick. Also Leute, wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen. Es ist ein sehr starkes Programm. So, um euch das ganze Programm einfach mal kurz ein bisschen näher zu bringen, würde ich einfach sagen, wir switchen einfach mal kurz in das Programm rein. Und dann zeige ich euch einfach mal, wie benutzerfreundlich das aufgebaut ist. So sieht das Programm aus, wenn man das erste Mal startet, glaube ich. Ich habe es schon jetzt länger in Benutzung. Auf jeden Fall, es ist auf den ersten Blick natürlich viele neue Sachen, vor allem, wenn man vorher andere Programme benutzt hat. Aber man sieht hier unten schon verschiedene Reiter, die es schon absolut übersichtlich machen. Man hat halt Media. Hier ist im Prinzip, man kann halt hier alle seine Clips, Videos, Musik, Sounds, Filme, aufgenommenes Material einfach hier reinpacken. Dann hat man es in diesem Media Pool und kann halt von jeder Punkt hier zum Beispiel oder hier, das ist halt der Edit-Bereich, kannst du halt aus diesem Media Pool die Sachen rausziehen. Man muss es nicht machen, man kann auch per Drag & Drop einfach mit einem Ordner, den man auf hat, einfach die Datei reinziehen. Das ist gar kein Problem. So, die Seite Cut ist tatsächlich simpel gemacht für den Rohschnitt. Du hast vielleicht ein 2-Stunden-Video und weißt ungefähr, dass Ideen, Parts und da nichts wirklich Feinschliff geschnitten werden muss. Das heißt, du kannst hier einfach ganz simpel nur schneiden, nichts anderes, keine Effekte, alles ganz sporadisch, einfach nur zuschneiden grob. Das ganze Overlay, by the way, kann man alles genau für sich anpassen. Du kannst hier fast, fast alles verschieben, wie man will, auch an- und ausmachen, Transitions, Titels, Effekte, alles kann man sich hier, kann auch sagen, dass das hier dann irgendwo anders hin soll. Es geht, wie gesagt, es ist sehr anpassungsfreundlich, also deswegen werdet ihr jetzt sehen, bei Edit sieht es bei mir natürlich jetzt anders aus als bei euch. Wie gesagt, da richtet man sich selbst ein. Man kann hier oben zum Beispiel Media Pool an, aus, Effekte an, aus, man kann halt alles sich selbst anpassen. So, und das ist halt der Edit-Bereich, der im Prinzip der Feinschliff ist. So, wenn ihr das im Cut-Bereich zugeschnitten habt, könnt ihr hier anfangen, wirklich ganz fein, sauber alles zu schneiden, lautstärken, Effekte draufballern. Ihr habt eine riesige, das möchte ich dazu sagen, eine riesige Effekt-Bibliothek. Nicht davon jetzt erstmal erschlagen lassen, viele von den Effekten sind kostenpflichtig, weil diese Version, die ich hier habe, das ist die kostenlose Version. Dann gibt es aber auch die Variante, die natürlich kostenpflichtig ist, und zwar ist das DaVinci Resolve Studio 17. Das Ding kostet aber halt auch 299 Euro, beziehungsweise, ich weiß nicht genau, ich glaube, man kann dann immer noch was dazu buchen, in Anführungsstrichen, und, und, und. Dann kommen halt ganz alle Effekte dazu. Ich glaube, da kommen auch dann nochmal mehr Effekte dazu und auch mehr Transitions, und, und, und. So, aber, wie gesagt, für mich reicht die kostenlose Version. Hier könnt ihr dann einfach entweder durch den Media Pool oder halt durch Drag & Drop aus dem Ordner eure Aufnahmen, Effekte, Sounds, alles reinpacken und dann halt zuschneiden. By the way, ihr könnt jeden Tastenkürzel umbeinden. Bedeutet, zum Beispiel, B ist hier dieses Schneid-Tool. Moment, ich mache einfach mal ganz kurz eine Datei, ziehe ich hier rein. So, ich habe jetzt mal ein Videoschnipsel reingezogen, ist einfach irgendein Video von uns, was wir aufgenommen haben. Ich bin, wie gesagt, es gibt halt Tastenkürzel. B ist zum Beispiel das Schneid-Tool, also das Edit-Tool, wo man halt den Cut dann setzen kann. A ist der normale Mauscursor, womit man das dann bewegen kann. Und daran muss man sich halt erst mal gewöhnen, wenn man von einem anderen Programm kommt. Genauso wie das, was für mich am schwersten ist, ist, dass man mit Alt- und Mausrad rein- und rauszoomt. Ihr könnt natürlich auch alles per Maus machen und das hier über die Schieberegler machen. Also, ihr müsst keine Tastenkürzel benutzen. Das ist auf jeden Fall keine Pflicht. Aber wie ihr jetzt schon seht, wenn das Ding hier drin ist, allein hier, was sich für Sachen öffnen. Denn ihr habt Möglichkeiten an Effekten, alles Mögliche. Ihr könnt alles machen, ihr könnt auch alles wieder auf einen Schlag zurücksetzen. Es hat halt einfach alles, was ein Schnittprogramm haben muss und auch sehr übersichtlich. Es gibt so ein paar Sachen, die man halt erst mal einstellen muss oder rausfinden muss. Das sind zum Beispiel solche Sachen. Man kann dann die Videospur größer oder kleiner machen. Das sind aber so Sachen, die... Also, jeder muss das selbst entscheiden. Da gibt es keine perfekten Einstellungen. In meinen Augen eine ganz wichtige Einstellung ist hier der Magnet. Den macht man aus Versehen ab und zu mit N aus. Aber der ist ganz wichtig für das Klippen an die Videos. Weil wenn der jetzt aus ist, klippt es halt nicht automatisch dran. So, wenn der an ist, klippt es direkt dran. Das ist in meinen Augen ein sehr wichtiger Punkt, den ich auch bei jedem an machen würde. So, dann kommt die Fusion Page. Und da bin ich ganz ehrlich, die ist kompliziert. Da werde ich auch jetzt nichts zu sagen direkt, weil die sehr, sehr kompliziert ist. Es ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Und man kann hier auch alles so bewegen und dann wird es verknüpft mit neuen Sachen. Das sind... Dafür gibt es andere YouTuber, die dazu Tutorials gemacht haben. Hier diese X-Rotation. Und wie gesagt, bis jetzt habe ich das gebraucht, um Color Grading zu machen. Beziehungsweise um Greenscreen rauszukiehen. Wenn das jetzt hier quasi euer fertiger Clip ist, könnt ihr natürlich auch so ins Color Grading gehen. Das ist das spezielle Color Grading. Bei Fusion ist es nur so minimal. Und hier kann man wirklich alles machen. Ihr könnt den Kontrast runter. Ihr könnt... Da könnt ihr euch austoben, wie ihr wollt. Die Sättigung hoch, runter. Da ist... Keine sind keine Grenzen gesetzt. Aber da muss man sich auch einarbeiten. Deswegen, wie gesagt, es gibt YouTuber genug, die dazu Tutorials machen. Und das hier ist hauptsächlich für die Audio. Und da muss ich auch tatsächlich gestehen, habe ich bis jetzt noch gar keine Erfahrung mit. Deswegen werde ich das hier auch jetzt überspringen. So, und dann kommt noch der wichtigste Punkt. Und das ist, wenn das Video fertig ist, Deliver. Ist ganz simpel gemacht. Ihr habt hier euer Video. Ihr könnt es euch nochmal angucken. Dann habt ihr hier Custom. Für YouTube sind das Einstellungen, die direkt voreingestellt werden. Für Vimeo. Alles Mögliche. Ihr könnt für jeden Scheiß quasi Voreinstellungen machen. Oder halt, ihr geht auf Custom. Stellt euch hier alles Mögliche selbst ein. In welchem Format. Mit welcher Framerate. In welcher Auflösung. Mit wie viel Kilobits es verarbeitet werden soll. Und, und, und. Ich habe hier meine eigenen Einstellungen schon rausgesucht. Wie ich sie bei unseren Videos brauche. Aber wie gesagt, das könnt ihr halt, je nachdem wie ihr es machen wollt, für euch perfekt zuschneiden. Wie gesagt, es ist halt... Am schlauesten ist wahrscheinlich zu sagen, einfach, auch wenn ihr ein Sting-Normale YouTube-Videos hochladen wollt, einfach YouTube und durchrendern. Wie gesagt, ansonsten einfach einstellen. Wenn die Einstellungen alle fertig sind, geht ihr einfach nur auf Red Add to Render Queue. Dann fragt ihr euch, in welchen Ordner das soll. Und wenn ihr dann den Ordner ausgewählt habt, den ihr hier oben auch auswählen könnt. Ich sag mal jetzt, ich nehme den jetzt einfach mal. Dann kommt das hier hin, in die Render Queue. Und da könnt ihr dann auch, ganz wichtig, mehrere Projekte reinpacken. Und zwar geht ihr dann einfach wieder auf Edit oder auf Cut. Geht auf File und New Timeline. Ganz wichtig. Dann kommt das Fenster hier. Einfach so lassen, wie es ist. Create. Dann könnt ihr noch ein Video schneiden. Wenn das fertig ist, geht ihr wieder auf Deliver. Stellt wieder alles ein. Add to Render Queue. Und dann habt ihr Job 1, Job 2. Ich hab tatsächlich bisher noch nicht rausgefunden, wie man sagen kann, dass das alles automatisch rendert. Sonst müsst ihr immer auf Start Render gehen. Für jedes einzelne. Ich hab's wie gesagt noch nicht rausgefunden. Wahrscheinlich mit Show All. Und dann, ich weiß es nicht, wie das genau funktioniert. Da muss ich mich dann mal reinarbeiten noch. Wie gesagt, ich bin auch noch kein Profi. Um Gottes Willen. Ganz weit weg vom Thema Profi. Aber das sind so die Grundlagen für das Programm. Die halt da sind. Und die halt auch sehr übersichtlich angeordnet sind, meiner Meinung nach. Für viele Sachen ist es tatsächlich wichtig, als Einsteiger sich Videos anzugucken. Wie gesagt, ich versuche ein paar Leute mal zu verlinken. Oder ein paar Videos, so Einsteiger-Tutorials. Wie gesagt, gibt DaVinci Resolve Einsteiger-Tutorial. Da gibt's unendlich viele Videos, die es perfekt erklären. Und ja, also ich bin mit dem Programm komplett zufrieden. Wie gesagt, es hatte bis jetzt noch keine Probleme. Wie gesagt, das müsst ihr euch alles ein bisschen reinfuchsen. Es gibt natürlich die perfekten Einstellungen. Es gibt aber halt auch Einstellungen, die halt für euch angepasst sein müssen. Nichtsdestotrotz wollte ich euch das Programm hier mal zeigen und auch empfehlen. Weil es für mich sehr, sehr einfach zu verstehen war nach einer Zeit. Ich hab zwei, drei Videos geschnitten und hatte schon diesen Arbeitsfluss, wie ich ihn bei Magix halt mittlerweile hatte. Das soll es aber auch in der Stelle schon damit gewesen sein. Ich wollte euch einfach nur mal sagen, dass ich erstmal überrascht bin, dass das Video so ankam. Beziehungsweise so durch die Decke ging für unsere Verhältnisse. Und wollte aber auch im gleichen Atemzug sagen, dass ich euch DaVinci Resolve echt ans Herz legen kann. Viel gehört habe ich jetzt auch schon von Filmora. Auch von größeren YouTubern habe ich ja schon viel von gehört. Soll auch nicht schlecht sein. Hab ich aber jetzt tatsächlich einfach mal noch nicht getestet, weil ich mich jetzt schon wieder in DaVinci so reingearbeitet habe. Ist ja logisch. Wie gesagt, ich will euch da nichts vorschreiben. Um Gottes Willen, ich kann euch da gar nichts vorschreiben. Macht euch euer eigenes Bild. Wenn ein Programm kostenlos ist, wie Filmora, wie DaVinci, ihr könnt es ja einfach runterladen und testen. Und was für euch am besten ist, wie gesagt, ich kann euch DaVinci ans Herz legen. Es ist sehr, 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 sehr gut und auch sehr schon professionell angelehnt. Und ja, wie gesagt, mehr will ich eigentlich in dem Video auch nicht sagen. Guckt euch Videos gerne mal noch dazu an von anderen YouTubern. Und wie gesagt, macht euch euer eigenes Bild. Ich wollte hiermit einfach das Thema Schnittprogramm, sag ich mal, für mich erstmal abschließen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ich vielleicht mal öfter so Videos über unsere Programme, Aufnahmeprogramme, was weiß ich, so machen soll. Wie wir das alles machen und so. So hinter den Kulissen könnt ihr ja gerne mal schreiben, ob das euch interessiert. Die technische Seite hinter unseren Videos und alles mögliche. Ja, aber ansonsten würde ich jetzt einfach sagen, war es was mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und konnte euch ein bisschen informieren. Beziehungsweise euch einen Wink in die richtige Richtung zu einem guten Schnittprogramm gehen. By the way, das ist hier nicht gesponsert oder so. Das wäre es natürlich, aber nein, kein Sponsoring oder so. Also ist absolut meine Meinung. Und ich, beziehungsweise wir werden auch in der Zukunft das Schnittprogramm weiter benutzen. Auf Lorentz PC habe ich es auch schon installiert und eingerichtet. Deswegen, das ist ein sehr gutes Programm. Dafür, dass es umsonst ist, sowieso. Und ja, wie gesagt, das soll es für das Video gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Video in alter Frische. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, lasst vielleicht ein Abo da. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis denne. Ciao.